Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Video. Ich muss nochmal sagen, ich habe jetzt meinen neuen Kanal errichtet, also ja, welchen ihr mir drauf abonnieren könnt und ich bin auch auf Instagram und natürlich auch Twitter und ja, ich habe es, ich wollte mir den Kanal erstellen, weil ich jetzt auch Vlogs machen will, vielleicht auch Let's Plays, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Und dann mal sehen, das ist jetzt ein ganz normales Handyvideo und ja, weil ich wollte es halt einfach mal so machen und danach ist mir das halt so eingefallen und der Kanal ist jetzt seit knapp einer Stunde schon online und darum würde ich mich freuen, wenn ihr mich hier drauf auch abonnieren würdet und ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal, mach's gut und ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.